Jetzt nach oben direkt? 2,5 km. Nach oben oder hier? Hier. Läuft die Kamera jetzt? Ja, läuft. Tür ist zu. Volltritt spielt. Wir fangen gleich ab. Jetzt müssen wir das hier irgendwie aufkriegen. So, jetzt ist also die Tür verbunden. Nein. Geht denn das? Also... Ich weiß nicht, ob wir das schon... Ach du Scheiße. Hier wohnt jemand. Hier wohnt jemand. Doch. Die Mikrowelle ist an. Warte mal, hier wohnt ein Ding drin. Wer wohnt? Eine Leiche? Hallo? Shit. Hallo? Hast du einen Film? Ja, ich filme alles. Scheiße. Na dann müssen wir jetzt mal hier bestellen. Oder die Leiche liegt irgendwo hinten drunter. Kann auch sein. Hier läuft's. Klar. Puh, was machen wir jetzt? Wir checken, wie sieht es aus. Spinnendäben. Ach, hier geht's ja weiter. Da ist ja schon lange niemand mehr drin. Die ist einfach... Das Deckelrand. Das Bett ist hier noch... Die ist Deckelrand. Liegt jemand drin? Nee, so nicht. Elfra Spinnendäben. Eben. Scheiße. Hier, willst du mal auf der Ecke rum? Die waren messig, wissen Sie? Die waren messig. Na klar, aber wie? Oh Gott, das ist ja dann einfach hier. Oder brauchen wir jemanden? Der hat das Zeug. Das Müll kommt ja. Und holl. Der hat das Geld. Öffensinn. Ist das da? Ja. Mach dich Hilfe. Hilfe. Ich krieg jetzt noch CDs, die noch eingepackt sind. Ja. Sehr interessant. So sag mal, aber... Aber... Jetzt wäre ein Anschluss für die Waschmaschine. Trockner, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich das Waschbecken. Ja. Jetzt sehe ich das ernst. Ja, hier ist so eine Ballerwand im Klo. Ja. Was ist das hier? Ein Tresen oder was? Ein Küchentresen? Das ist der Tresen, ne? Das ist ja alles komplett anders hier als... Ja, das ist ja alles im Finger. Das ist der Tresen, ne? Und das ist der Wohnzimmer, in diesem Zimmer. Das ist alles aus. Hier, wenn du mal Band neue Schuhe brauchst. Dann neue Heizung, noch zu. Hier muss ich auf jeden Fall mit dabei sein, wenn die ausgerümpft wird. Deswegen? Ja, weil... Ja, klar. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Margaret Lynch, kann man hier... Wie ist die ja? Hier, der ganze Brief, der ganze... Der Körschen ist voll tot von der. Und hier unten läuft Bank of America Settel von Dutton 3, ne? 100.000 Euro, äh, 100.000 Euro. Kann man hier das Datum sehen, ne? Ist ja egal. Ist doch wurscht. Ach du Scheiße. Obwohl ich das immer noch nicht richtig glaube. Das sieht doch aus, als wenn... Wer soll denn hier wohnen? Guck mal, das ist... Hier war doch... Die Brotscheibe wäre doch nicht mehr so eine Brotscheibe nach so langer Zeit, wa? Guck mal, der Zettel... Ja gut, der Zettel... Der Zettel bleibt ja... 2018. 2018. Das ist ja hier... Guck mal, die Kamera. Läuft? Nimm die noch auf? Ich glaube ja, die fliegt da noch mal. Oh mein Gott. Matthias, wir haben hier im Dorf gehälst. Ja. Shit. Wir brauchen großen Müllcontainer. Okay. Müssen wir jetzt hier weiter drinnen gucken? Oder sagen... Du pummelst jetzt ein neues Schloss rein? Und dann machen wir schnell wieder zu. Und organisieren erstmal die Müllabfuhr. Ja. Lauf 42. Ach nee, 204. Haben wir das richtig aufgemacht? Ja. Wir haben doch mal einen Winch überall, steht da dran. Ja. Ja. Naja, das hat mir erwartet. Naja, das habe ich jetzt nicht erwartet? Aber okay. Ja, das ist jetzt drinnen. Ja, das ist drinnen. Ja. So viel zum Thema, wie stabil hier die Küffingen sind, ne? Ja. Mühe? Ja, klar. Bruchst du einfach raus, ne? Ja. Das ist gebürig, ne? Mhm. Shit. Was hast du denn da wieder gemacht? Ich drücke.